So, hier sind die kubischen Fanonenschläge, drei Stück. Dort sind alle locker. Die Schimmelkubi, Scallops, Topas. Jetzt ist alle nass. Nass, die Dinger? Ja, die sind nass, vegetiert. Wir machen heute den zweiten. Da geht's. Boah, der war schon laut und ich glaube es war ein Fehler, dass ich schon angestanden bin. Heftig. Alter, der hat eine kurze Lunde zu tun. Der will auch nicht. Doch, doch, doch. Ja, schon ordentlich, leider sind die so feucht. Ja, der erste hat vielleicht gar nicht funktioniert. Ja, sehr schade, aber doch gut.